hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren video heute auf diesem kanal so von euch hier um einen pack opening hier bei der park purity bänder welche bänder oder dort arrive und peter scheiße ja da geh mal um ins dick rein ich muss mir gerade mal weil ich bin mir jetzt gerade echt ich bin ja ich bin nicht gerade mal unten mal unten filter und dann mit sein wenn der könig quad füsen was haben wir noch da waren eugene welche nicht so schnell so kann doch kein mensch gucken den können eugene welcher wenn der belcher so wenn der belcher war doch war das ist eine und das andere war bill und peter machen wir binde okay dann sollten wir wenn der belcher nehmen ja sagen jetzt mal wenn der belcher bänder bänder quad füsen bitte sofort quad füsen dann machen wir bitte sofort quad füsen nein 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 weil wir sind im rumble bitte sofort quad füsen das kann machte ding jetzt quad füsen ich gehe nicht so wie du im shop wenn hier eine weiße bildschirm ist dann gehe ich in dein deck wenn da eine weiße bildschirm ist ich habe gesagt wenn da eine weiße bildschirm ist dann ja ihr wisst leute so wie warm ist es heute extrem warm dich habe ich nicht gefragt aber ich habe geantwortet die zuschauer können dir gerade keine antwort geben aber in den kommentaren ach so stimmt hast recht egal machen wir weiter und ich tue mal die bände jetzt bitte einfach nach oben ziehen genau zwei quad füsen wenn das wenn das zwei quad füsen das ich bin gleich wieder weg so die golden keine ahnung was er genommen hat nicht zwei lege ist gerade bekommen und ein quad füsen da du kommst du wer bekommen denn das was ein gewehr bekommen schön für das gewinne jetzt hast du dann schnurbad ready for center ok dann gehen wir mal da hinten rüber da so dass so das super in der verfassung die haben wir doch schon gezogen zwei stück davon wie das mega das fährt so weiter geht's große brüste so lila gleich noch mal ja 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 da tolle total super geil super super gar keine okk der karaoke kann es nicht ich weiß habe ich gesagt dojo bieden so weiter geht es hier was willst du ein erwachsener mensch sagt biede 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 nur schrott kannst du unten in die dinge dann noch reingehen kannst du eine belohnung ja die benutzt sich schon seit ewigkeiten nicht weil es einfach nur ich weiß ja da müsste ich mich den ganzen tag hinhocken und nur in der arena dann kämpfen oder so moment nicht so mal langsam bis er sich erst mal erholt ja da sind noch einige so aber immer da gehen wir unter den 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 ramblen gehen auch unter den ramblen weil ich glaube den hat ich mir nur geholt den hat schon aufgemacht um diese master tokens zu bekommen ja sag ich doch jetzt sind viele gerne kommen dass mich das machen dass da bist du nicht so der crack drin ich kann das besser als du glaube ich mache das bei mir geht das wird sogar die liga maske gewicht oder bei mir eisem ROB on and 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 to Ist der Hammer da gleich. Was denn? Auf was lasse ich mich hier eigentlich ein? Ich hab keine Ahnung. Das tut's ja weh. Ohne Witz, das tut richtig weh. So, noch eine Viertelstunde Zeit. So, der weiße Tablet ist ein bisschen wenig. Hm? Für dein anderes Tablet ist ein bisschen wenig. Ja, aber ich muss ja erstmal nur die eine Box aufbekommen. So. So. Schauen wir mal, was wir noch alles zusammen bekommen. Bist du mit deinen Belohnungen ab und fertig? Äh, nope. Pfff. Jetzt hat er reagiert. Damit du nicht drauf drückst, reagiert er. Mhm, genau. Ja, ich hab wohl auch deine Finger abgefüllt. Ja. Weiß ich. Wow. So. Sind Bobby auch nochmal nach Hause gekommen? Bist du? Sind Bobby? Ai, 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 ai. Ich bin immerhin schon beim zehnten... Naja, das hat auch noch... Na gut. Ja genau, löscht man den ganzen Tag meinen Klappschuhl. Da habe ich ein bisschen was zu tun, ja. Wo war ich denn jetzt überhaupt? Am zweiten, siebten oder? Das, 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 das... Ne, wo war ich denn? Zehnte, siebte, ist soweit gewesen. Elfte, siebte da. Wer schon wollte? Der 26. oder? Ja, ja, ja. So. Morgen fangen die Ferien an. Am 27. habe ich dann endlich hier die Belohnungen aufbekommen. Am 27. habe ich Ferien. Oh, ja. Auch das. Ab morgen habe ich Ferien. Ja! Oh, mein Gott. Dann habe ich denn die ganze Zeit hier. Oh, Mann ey, das ist ja... Was denn? Was denn? Was denn? Ja, ich weiß, ich bin schlimm. Ich bin voll schlimm, ne? Du bist du Horst. Ich bin voll schlimm, oder? Ich bin nicht voll schlimm, oder? Ich bin nicht schlimm. Alter, wie viele Belohnungen habe ich denn noch hier? Ich halte mal einfach mit. Tut es not. So, und dann geht es hier noch weiter. Nein, 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 bitte komm auf. Ich habe nicht so viel Zeit. Hör mal auf. Hör mal auf. Das lädt doch. Ja, aber wenn du mit deinen Griffeln da ankommst, dann lädt es noch länger. Dann sagst du, nö, ich mag nicht. Was? Oh. So, fortfahren. So kann man natürlich auch im Video ein bisschen länger machen, look. Ja, ich kann doch auch nichts dafür. Äh, wir sind bald 10 Minuten. Ja, das ist doch nicht viel. Für Belohnungen abholen seit 10 Minuten ist das viel. Nein, 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 nein. Das sind nicht nur sieben Minuten Belohnungen abholen. Doch. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das kann nicht sein. Das kann überhaupt nicht sein. Ich schlafe. Okay, gute Nacht. Gut. Ja, wir sehen uns morgen, wenn ich wieder gehe. Alles klar, Sache, morgen bin ich auch fertig hier mit dem Öffnen. So, mach ihn, mein Vater. Das ist echt groß hier gerade. Mach doch mal Belohnung abholen. So. Ja, ich muss echt mal diese Scheißdinge löschen. Ich glaube dann... Oh Gott. Wahnsinn, nein. Oh. Du machst den kaputt, wenn du dich da oben... Du stützt dich mit deinem Fuß darauf ab. Ach, der ist kalt. Im Ernst wusstest du, dass der Regulator... Hä? Wie hört sich das an? Hörst du das? Hallo. Hörst du das? Ja, ich hör's. Witzig. So Leute, das ist mein neues Mikrofon. Wie ihr hört. Das hören sie so nicht. Ich hab einen Stimmverzehrer drin. Das hören sie so nicht. Ich hab einen Stimmverzehrer drin, wie ihr grad merkt. Er redet gerade in seinen Ventilator. Oh, das hört sich witzig an. Hör mal auf. Hör mal auf, hör mal auf. So. Guck mal, kaum war ich drauf, dann hat's mir fertig. Das ist witzig. Das kann man als Stimmverzehrer nehmen. Mhm. Mhm. Wie viele sind das denn jetzt noch? Hallo, 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 hallo. Noch vier Stück. Ich bin ein Alien. Ach, das hört sich ja wirklich so anders. Ja, gleich. Ja, 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 ja. Hallo. Wieso sind wir eigentlich so bekloppt? Keine Ahnung. Also jetzt sind wir schon bei 13 Minuten angekommen. Ich würd sagen 10 Minuten Belohnung, Afun. Ist da noch was anständiges? 25 Minuten. Hör gleich, ihr Tablet wurde gehackt. Haben sie verstanden? Jaja. Das hört sich echt witziger an, ne? Klar, ist ein Update. Und alleine nur von dem einen Update ist es ewig. Okay. Ah, kann man noch drei Golden Turds aufmachen? Wenn ich einmal kurz da unten reingehe, kann ich sogar noch ein viertes Stück aufmachen. Hallo. Hallo. Hört ihr mich? Ja, gleich hörst du mich? Ja, ja. Das ist witzig, oder? Das ist echt witzig. So. Wollen wir nochmal ganz kurz hier skippen. Und dann müsste ich die fünf Stück noch so zusammen bekommen. Komm. Komm, auf geht's. Einmal skip. Und dann zweimal skip. Und dann haben wir so. Okay, bis wir zum Pack Opening kommen sind es jetzt 11 Minuten. Mal wieder? Ja. An der Gleichzeit haben wir es richtig schnell, würde ich sagen. Und dann weiß ich, es ist noch schneller. Das bedeutet, du kannst schon... Alter, vier Stück! Du hast so neun Minuten, ne? Mhm. Ja, in neun Minuten kriege ich kein Pack Opening hin, aber ich kann wenigstens die Box noch öffnen. Darum geht's. Äh, acht Minuten schon fast. So. Acht Minuten. Ja, ja. So, also. Jetzt gucken wir mal... Das wurde seines verlieren. Ich hätte es auch gemacht. Gut, und jetzt haben wir es. Sieben. Jetzt kriege ich die sieben. Dann muss ich extra zwei machen. Okay. Dann machen wir doch mal folgendes. Dann schauen wir doch mal jetzt hier... Machen wir doch mal die Golden Turtles auf. Golden Turtles. So. Aber wir machen da einen Schlipferzer ab. Machen wir doch mal die Golden Turtles auf. So, und gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ich muss eigentlich gar keinen Schlipferzer an installieren, oder? Ich hab schwein. Und noch eine. Oh mein Gott. Und noch eine. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Und noch eine. Oh, egal. Hm. 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 Das gibt es doch nicht. Nur Scharrot. Scharrot weg. Und jetzt können wir nochmal hier fünf Stück aufmachen. Nur Schrott, ey. Hallo Herr Gleich. Oh. Warum wird die Stimme dadurch eng so verzerrt? Weil sie davon reflektiert und teilweise durchkommt und teilweise nicht durchkommt. Wow. Also. Ja, irgendwie ist das... Gut, ich kann ja immer noch mehr kaufen. Wie viele haben wir noch jetzt? Oh mein Gott. Besten Sumpfpartys. Und... Ah. Aber ich hab bestimmt noch unten Legis. Ja, vier Stück. Geil. Vier Stück. Es kommen noch vier Stück. Einmal. Welcome Mojitos. Und... Was noch? Und... Und ein Roger. Und was noch? Ein Roger. Und was noch? Und was gehen wir noch? Was gehen wir noch? Noch eine Furzschule. Die 100.000. Furzschule. Geil. Und... Noch ein Roger. Ey, das ist geil. Okay. So. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen. Tschüss. Tschau. Macht's gut. So. Jetzt...